In dieser kurzen Folge will ich auf das Thema Belohnungen im Himmel eingehen. Und mir geht es jetzt weniger darum, was konkret die Belohnungen im Himmel sein werden, sondern mir geht es darum, dir aufzuzeigen, dass die Bibel einen glasklaren Unterschied macht zwischen dem Geschenk des ewigen Lebens und den zusätzlichen Belohnungen im Himmel. Wir dürfen auf keinen Fall beides in irgendeiner Weise vermischen. Die Bibel macht einen klaren Unterschied. Denn die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was wir uns eigentlich verdienen als Sünder, unser Lohn, ist der Tod, sprich die Hölle, der ewige Tod in der Hölle. Aber die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben ist keine Belohnung. Falsche Christen haben diese Vorstellung. Wir arbeiten in diesem Leben hier und dann, ja, irgendwann bekommen wir als Belohnung das ewige Leben. Und als Belohnung ziehen wir dann den Himmel ein. Nun, das ist eine falsche Lehre. Wir haben jetzt schon allein durch den Glauben ewiges Leben, unabhängig von unseren Werken. Aber als Christen können wir natürlich auf dieser Erde, in diesem Leben für den Herrn arbeiten, gute Werke tun als Christen. Und dadurch sammeln wir uns zusätzlich zum Geschenk Gottes des ewigen Lebens, das wir jetzt schon haben, allein durch den Glauben. Zusätzlich können wir uns Belohnungen im Himmel sammeln. Nun, reine Logik sagt uns, dass wir auch ohne Belohnungen in den Himmel kommen können, weil das ewige Leben keine Belohnung ist, sondern ein Geschenk, das wir durch den Glauben haben. Reine Logik sagt uns das schon. Aber lass mich dir eine klare Bibelstelle vorlesen. 1. Korinther 3, Abvers 11. heißt es, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Was hier beschrieben wird, ist der sogenannte Richterstuhl Christi, wo unsere Werke als Christen erprobt werden. Ob sie was getaugt haben. Jeder tut natürlich irgendwelche Werke, aber hier wird erprobt. Waren das wirklich sinnvolle Werke, die wir für den Herrn getan haben, für die wir Belohnung verdienen oder nicht? So stellt sich die Frage, was passiert, wenn alle meine Werke sinnlos waren? Und es gibt hier offensichtlich die Person, die angesprochen wird, die gar keine sinnvollen Werke hatte, die gar nichts für den Herrn getan hat. Sie hatte gar keine Werke, Werke im Sinne von gute Werke, für die sie Belohnung empfangen hätte. Denn es heißt, wird aber jemand das Werk verbrennen. Also es verbrennt einfach alles, was derjenige getan hat. So wird er Schaden erleiden. Er selbst aber, die Person, wird gerettet werden, doch so wie das Feuer hindurch. Warum? Derjenige hat geglaubt, er hat ewiges Leben. Es wird eine klare Unterscheidung gemacht, eine glasklare Unterscheidung zwischen dem Geschenk des ewigen Lebens und den zusätzlichen Belohnungen, die derjenige nicht hatte. Aber er kommt trotzdem in den Himmel. Warum? Weil es eben eine klare Unterscheidung gibt. Die Belohnungen sind ganz einfach zusätzlich. Leider gibt es zu dem Thema viel Verwirrung. Es gibt natürlich ganz einfach Irrlehrer, die sagen, du musst von deinen Sünden umkehren, um gerettet zu werden, Jesus zu deinem Herrn machen, Jesus nachfolgen, dies und das. Sie sagen im Grunde genommen, das ewige Leben ist kein Geschenk, sondern eine Belohnung. Und das ist natürlich Werksgerechtigkeit, diese Leute fahren zur Hölle. Leider gibt es aber auch Christen, die wirklich gerettet sind. Und sie vertrauen auf den Herrn allein, um in den Himmel zu kommen. Sie sagen natürlich, nein, ich muss nicht mein Leben ändern oder irgendwas. Ich vertraue Jesus allein, um in den Himmel zu kommen. Aber wenn jemand gerettet ist, dann wird sich irgendetwas zumindest ändern. Zumindest irgendetwas, irgendwas Kleines wird sich ändern. Der wird irgendwas Gutes tun. Und sie sind ganz einfach Wischiwaschi, was das Thema angeht. Und das ist schlecht. Denn hier ist das Ding, wenn wir etwas lehren, oder auch einfach nur glauben, was in der Bibel gar nicht steht, dann begeben wir uns automatisch auf einen gefährlichen Pfad. Denn wir wollen selbst nicht verwirrt werden. Und wir wollen vor allem andere Menschen nicht verwirren. Nicht wahr? Sondern wir wollen das lehren, was die Bibel lehrt. Ich meine, das ist keine kleine Sache, irgendwie eine kleine Meinungsverschiedenheit oder so, sondern diese Wischiwaschi-Lehre von wegen, naja, wenn jemand gerettet ist, klar ist es allein aus glasischem Glauben, du musst nicht umkehrend von deinen Sünden irgendwie ein besseres Leben leben oder so. Und ja, auch wenn du zurückfällst, kommst du natürlich trotzdem in den Himmel. Aber irgendetwas wird sich verändern. Du wirst irgendwelche guten Werke tun. Hier ist das Ding. Leute, die sowas sagen. Ich sage nicht, dass sie nicht gerettet sind. Aber sie sind Wischiwaschi und wir begeben uns damit auf einen gefährlichen Pfad. Wir wollen selbst nicht verwirrt werden. Wir wollen vor allem andere Leute nicht verwirren. Durch so einen Quatsch, der gar nicht in der Bibel steht. Denn was sagt die Bibel hier? Die Bibel macht einen glasklaren Unterschied. Derjenige, der wird auch ohne Belohnungen, ohne irgendein gutes Werk, er hat ihm gar nichts vorzuweisen, er wird trotzdem in den Himmel kommen. Er wird sein Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wird es vorher hindurch. Alle seine Werke verbrennen, es war alles sinnlos, alles sinnlos, was er als Christ getan hatte. Aber er kommt in den Himmel, weil das ewige Leben ein Geschenk ist. Also hat sich bei demjenigen irgendwas geändert in seinem Leben? Gar nichts. Ich meine, er hat gar nichts vorzuweisen. Im Römer Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an denjenigen glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Gott schaut auf einen Menschen, der gar keine Werke vorzuweisen hat. Und Werke, da geht es natürlich nicht um Taten allgemein in diesem Kontext, sondern um gute Werke, die etwas zählen vom Herrn. Gott schaut auf diesen Menschen, er hat gar keine guten Werke, aber er wird als gerecht gerechnet. Er ist in den Augen Gottes gerecht. Warum? Weil er geglaubt hat. Und die Bibel gibt ziemlich extreme Beispiele. Um uns eben aufzuzeigen, was es für einen klaren Unterschied gibt zwischen dem Geschenk Gottes und den zusätzlichen Belohnungen, die wir uns durch gute Werke sammeln. Und ein Vers dazu, den ich jetzt zeigen möchte, ist Matthäus Kapitel 10. In Vers 42, da heißt es, Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also die Person, die in 1. Korinther 3 bis 11 beschrieben wird, der ist noch nicht mal auf die Reihe gekriegt, einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken zu geben, weil derjenige ein Jünger ist. Noch nicht mal das hat die Person geschafft. Einfach einem anderen Christen, weil er ein Christ ist, einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken zu geben. Das heißt, es wird im Grunde genommen ein Penner beschrieben, könnte man sagen. Ich meine, natürlich sagt die Bibel das nicht, wer da konkret beschrieben wird, aber mir fällt dazu eigentlich nur ein Penner ein, der halt Gott sei Dank gerettet wurde und dann eben so weiterlebt wie vorher und einfach gar nichts tut. Ich meine, wenn Jesus hier sagt, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, sage ich euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Jesus gibt das Versprechen, der wird seinen Lohn nicht verlieren für diese einfache, winzige Tat. Und dann lesen wir aber in 1. Korinther 3, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst wird gerettet werden wie durchs Feuer und durch. Also alle seine Werke sind verbrannt. Es war alles sinnlos. Soll heißen, er hat noch nicht mal diese eine kleine gute Tat getrennt. Einfach einem Jünger, weil er ein Jünger ist, einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken zu geben. Ich meine, da hast du es. Die Bibel macht einen glasklaren, extremen Unterschied zwischen dem Geschenk des ewigen Lebens und den zusätzlichen Belohnungen im Himmel, die wir uns durch unsere guten Werke als Christen sammeln. Es gibt Menschen, die kriegen als Christen gar nichts auf die Reihe, die haben gar keine guten Werke vorzuweisen. Warum kommt der denn in den Himmel? Nun rate mal was aufgrund seines Glaubens. So einfach ist das. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis ein andermal. Jesus. Gottes Segen, bis ein undermal. Alles ist das. Gott sagt,